Du kommst ziemlich spät. Ich warte seit einer Stunde mit dem Essen auf dich. Ja, ich wurde aufgehalten. Ja, aber du hast doch noch nicht gegessen. Nein. Dann mach ich dir das Essen warm. Ich hab keinen Hunger. Wo ist dein Vater? Er ist wieder weggegangen. Weißt du, wo er war heute Abend? Nein. Ja, warum ist dein Wagen weg, ne? Ja, ich glaube. War alleine. Du hast ja nie allein weg. Warum fragst du? Weil mich das interessiert. Mich interessiert das eben, wo er heute Abend war. Was riecht es dich denn so auf? Wo ist euer Lotto-Geschäft? Was ist das Lotto-Geschäft? Naja, ihr spielt doch. Ihr spielt doch. Du spielst, Vater spielt. Und ich frage, wo gebt ihr eure Scheine ab? Unsere Scheine? Das weiss ich ja nicht. Vater gibt sie immer ab. Gib mir mal den Lotto-Schein. Was für einen Schein? Tue ich... Naja, den Schein, das Duplikat. Wo hast du denn das? Wo hab ich das? Ja. Bitte. Lotto-Annahmestelle Johann K. Hallo, Achim. Mama sagt, du bist doch aufgeregt. Du hast dir sogar die Lotto-Scheine zeigen lassen. Warum? Weil dort eingebrochen worden ist. Die ganze Kasse ist gestohlen worden. Der Inhaber, Herr K. Ist wach geworden. Runtergegangen. Hat dir einen Brecher gestellt. Ist ermordet worden. Erstochen. Tja, und... Was hat denn das mit uns zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Ich war zufälligerweise sowas wie ein Zeuge. Ich habe Marianne nach Hause gebracht. Packe ihren Helm bei mir hinten drauf. Fahre los. Der Helm fällt runter auf die Straße. Ich fahre zurück, um den Helm zu suchen. Und finde ihn. Vor der Stoßstange eines Wagens. Und es war dein Wagen, Vater. Dein Wagen. Ich war verwundert. Wieso steht dein Wagen da? Ich suche dich. Überlege, wo du sein könntest. Und da höre ich einen Schrei. Da steht deine Frau auf der Straße und schreit um Hilfe. Ich gehe zu ihr. Gehe mit rein in den Laden. Da liegt dein Mann am Boden, erstochen. Ich versuche zu helfen, zu telefonieren. Den Arsch, die Polizei. Ich gehe wieder raus. Und dein Wagen, Vater. Der ist weg. So wie die Einbrecher weg sind. Du redest immer von meinem Wagen. Wo soll der gestanden haben? Bei der Lottoannahmestelle Karl. Mein Wagen? Ja, dein Wagen, Vater. Ich kenne doch deinen Wagen. Du kannst es nicht ableugnen. Und wirklich meine Nummer? Wirklich deine Nummer. M-X-T-3394. Irrtum ist ausgeschlossen, Vater. Da musst du dich geirrt haben. Ich war... Ich saß den ganzen Abend in meiner Stammkneipe. Ich habe mich keine Sekunde weggerührt. Dafür gibt es auch Zeugen. Zeugen. Wie hast du also schon, ja? Mein Wagen stand den ganzen Abend vor meiner Stammkneipe. Ich habe ihn überhaupt nicht angerührt. Ich erkläre dir das und das hast du zu glauben. Zeigst du mir mal, wie viel Geld du in der Tasche hast? Ich sage dir, Achim. Junge. Du hast dich geirrt mit dem Wagen. Ah, Marianne. Guten Abend. Achim. Lass dich doch nicht stören. Was stehst du denn da rum? Entschuldige bitte, aber du weißt vielleicht, dass die Polizei mich angerufen hat. Das ist doch klar. Ich habe ihm doch deine Nummer gegeben. Was ist passiert? Achim, was ist passiert? Er hat meinen Wagen gesehen. Dort, wo es passiert ist. Aber... Er kann ihn nicht gesehen haben. Wieso dieses Misstrauen? Na, weil ich vorbestraft bin. Moment. Achim! Soll ich dich nach Hause bringen? Nicht nötig. Mein Vater hat mir seinen Wagen gegeben. Nimmt dich das so sehr mit? Gute Nacht. Gute Nacht. Achim! Achim! Ich dachte schon, du rennst zur Frau in Zettel. Hast du es... Hast du es... Hast du es eh gesagt? Was? Ja, dass du meinen Wagen gesehen hast. Nein. Ackige. Achim! Achim, wir machen dich. Wenn du meinen Wagen gesehen hast und... ...unsicher bist, ich meine... ...völlig ausschließt, dass du dich geirrt hast... ...dann gäbe es... dann gäbe es eine Möglichkeit. Nämlich, dass man einen Wagen benutzt hat. Das steht doch den ganzen Abend vor der Kneipe, stundenlang. Für einen Profis ist es doch kein Problem, so einen Wagen zu knacken und wieder hinzustellen. Achim, hör zu! Sie müssen hier zuhören. Es ist nämlich durchaus möglich, dass man meinen Wagen benutzt hat. Selbstverständlich ohne Wissen. Mich hat man jedenfalls nicht gefragt. Du musst mir das glauben. Ich verlange, dass du mir das glaubst. Hast du ihn umgebracht, Vater? Nein. Ich... Ich schwöre es dir, Junge. Achim! Haben die Fingerabdrücke was ergeben? Der ganze Laden ist voll davon. Das läuft noch alles. Aber da ist was anderes. Bei der Überprüfung von unserem Studenten, Achim Rudolf, liegt was gegen ihn vor? Ja, gegen ihn nicht. Aber wir haben einen Rudolf in der Kartei. Gegen den liegt was vor. Er ist vorbestraft wegen Einbruch. Und das ist sein Vater. Ja? Frau Schieder. Ach, ja. Guten Tag, Frau Schieder. Grüß Gott. Ich bin gekommen, um das Protokoll zu unterstreichen. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ist das Protokoll vorbereitet, Herr? Ja. Gut. Sie sind auch Studentin, nicht wahr? Ja. Befreundet mit Achim Rudolf? Ja, seit einem Jahr. Ich meine, ich kenne ihn sehr gut. Vielleicht ist das wichtig für Sie. Ja, das ist natürlich wichtig. Ja, wir waren in der Turnhalle in der Tannhäuser Straße von... Auf die genaue Uhrzeit kommt es sicher an. Ja, auf die kommt es an. Ja, von 8 Uhr bis um halb 10. Ungefähr dreiviertel zehn sind wir von dort weggefahren. Er brachte mich gleich nach Hause. Wir haben zu fahren fünf Minuten, vielleicht sechs. Vielleicht sechs. Ja, es geht doch um Minuten. Ja, es geht um Minuten, ja. Wir haben uns verabschiedet vor meiner Haustür um fünf vor zehn. Die Lottoannahmestelle liegt nach ein paar Straßen weiter. Es wird gewesen sein, drei, vier Minuten vor zehn. Woher wissen Sie, dass das in einer Lottoannahmestelle war? Ich bin gestern Abend nach Ihrem Anruf noch schnell zu Achim gefahren. Jetzt dürfen Sie gleich noch eine Frage beantworten. Kennen Sie Herrn Albert Rudolf? Ja, das ist Achims Vater. Kennen Sie die Familie näher? Was macht Achims Vater? Ich meine, was für einen Beruf hat er? Ich weiß nicht so genau. So etwas für ein Vertreter. In, ich glaube, Spirituosen. Er ist sehr viel unterwegs. Warum fragen Sie nach Achims Vater? Oh, das ist nur eine Routinefrage. Ach so. Danke. Wer ist denn das? Polizei. Polizei? Und Achim? Wo ist denn Achim? Zur Uni. Haben Sie gesagt, was Sie wollen? Nein. Der hat mich doch tatsächlich angezeigt. Nein, nein. So was tut Achim nicht. Nein. Ja, Sie fragen mich doch nach meinem Alibi, oder? Ich frage Sie nach Ihrem Alibi, ja. Verstehe das nicht. Sie sind wegen Einbruch vorbestraft. Ja, wer denn hat das noch immer vorgehalten? Nicht immer. Nur jetzt. Schauen Sie, Sie haben die Möglichkeit, einen Verdacht auszuräumen. Den Verdacht nämlich, dass Sie zusammen mit Ihrem Sohn an dem Einbruch beteiligt waren. Was denn? Ha! Was denn? Sie haben einen Verdacht gegen meinen Sohn? Gegen meinen Sohn? Jetzt hören Sie mal zu. Was ich gemacht habe in meinem Leben, das ist meine Sache. Dafür habe ich bezahlt. Aber mein Sohn ist noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Das ist ein guter Junge, das ist ein begabter Junge, der studiert, der hat eine Zukunft. Lassen Sie den Jungen aus dem Spiel. Dann sagen Sie uns, wo Sie gestern Abend um zehn waren. Ich war für jedermann sichtbar in meiner Stammkneipe. Na also, jetzt bräuchte man doch den Namen von dem Lokal und vielleicht ein paar Zeugen. Mach ich. Mach ich. Ich war... Kreisel heißt das Lokal. Sind vielleicht... Sind vielleicht bekannt. In den Kreisen. In der Hüttenweilerstraße. Ja. Da werden Sie ja jede Menge guter Zeugen haben. Ja, die habe ich auch. Kellner, den Bürgner, eine ganze Menge Leute, so viel Sie wollen. Haben Sie Zeit jetzt? Na, lange, ich hole nur meine Mandeln, dann bin ich sofort fertig. Ich komme mit dem Herrn mal schnell weg. Hat er ihm gesagt, dass er den Wagen gesehen hat? Nein, hat er nicht. Tag, Willi. Das hier sind... Du brauchst nichts zu sagen, ich sehe schon. Er sieht's schon. Ja, freilich. Er hat ein geschultes Auge. Ja, das hat er. Gib uns doch mal erst ein Bier. Ich darf den Herrn doch einladen, oder? Doch, das muss nicht sein. Um was geht es? Stell dir vor, Willi, die die Herren wollen wissen, wo ich gestern Abend... Nein, 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 nicht, nicht. Jetzt lassen Sie mich mal fragen. Wo war Herr Rudolf gestern Abend um 10 Uhr? Er war hier, hier im Lokal. Um 10? Er war den ganzen Abend hier. Haben Sie keinen Zweifel? Nicht den geringsten. Hasser. Tag, Albert. Tag, Hasser. Die Herren wollen wissen, wo Albert gestern Abend um 10 Uhr war. Na, hier. Am dem Tisch, da sagst du, ja. Um 10 Uhr? Er war den ganzen Abend hier. Ich hab's dem Herrn ja schon gesagt. Er ist nicht zwischendurch mal aufgestanden, rausgegangen. Nein. Sind Sie ganz sicher? Ganz sicher. Danke, Hasser. Brauchen Sie mich noch? Nein, danke. Was war denn gestern Abend um 10 Uhr? Sportschau. Die Sache hat sich also erledigt. Ja, hat sich erledigt. Ich, äh, ich darf doch noch einen Augenblick hierbleiben. Mir ist wirklich ein bisschen blümmerant geworden. Ich, äh, ich möchte noch einen Schnaps trinken. Sie haben doch nichts dagegen. Na, ja, tun Sie das. Ich bin mit den beiden Herren in die Kneipe gegangen und hab gesagt, bitte, da ist der Wirt, der mich gesehen hat, und da ist der Kellner. Und die haben dann sofort, ohne zu zögern, gesagt, dass ich hier war. Wieso um 10? Den, den ganzen Arm war er hier. Wieso stand dein Wagen da? Vergiss bitte nicht, dass ich ihn gesehen habe. Herr Junge. Ich hab dir doch erklärt, dass, äh, dass vielleicht irgendjemand meinen Wagen benutzt hat. Ohne dich zu fragen. Ja, natürlich ohne mich zu fragen. Und das soll ich dir glauben? Ob du's glaubst oder nicht, ich kann's nicht ändern, wenn du's nicht glaubst. Ich glaub dir kein Wort, tut mir leid. Achim! Glaubst du denn, dass ich ein Mörder bin? Nein. Das glaub ich nicht. Du warst ja nicht allein. Es waren drei. Es war einer von denen, die bei dir waren. Aber... Ich sag dir doch, es war keiner bei mir. Ich war mit niemandem unterwegs. Wenn du mir das nicht glaubst, soll's dann weitergehen. Stell dich. Immer erst fragen, wer da ist. Tag, Frau K. Der Motorradfahrer ist da. Scott. Scott? Mutter. Bitte nicht weinen. Entschuldigen Sie bitte. Ich kann nicht anders. Es kommt immer wieder. Ich bin gekommen, Frau Kahl, um zu fragen, ob ich Ihnen irgendwie helfen kann. Es sind doch sicher eine Menge zu tun jetzt. Laufereien und so. Behilflich sein? Ja, das kann er. Wir haben hier den ganzen Tisch. Von der Adressen. Alles Leute, denen wir die Todesanzeige schicken müssen. Aber wir kommen mit dem Text nicht zurecht. Wenn Sie uns da helfen können. Was schreibt man? Wie formuliert man das? Es ist doch kein normaler Todesfall. Soll man... Darf man in einer Todesanzeige das Wort Mord gebrauchen? Wie würden Sie das formulieren? Sie wollen also, dass ich die Todesanzeige formuliere? Ja. Sie würden uns damit sehr helfen. Ja? Bitte. Setzen Sie sich doch. Erst fragen, wer da ist. Ja, ja. Ja, guten Tag, Herr Rudolf. Wir haben noch ein paar Fragen. Herr Rudolf war so freundlich, uns helfen zu wollen. Was machen Sie da? Wir schreiben Adressen an Leute, die wir benachrichtigen müssen. Wir? Ja, Frau Kahl, wir sind noch einmal gekommen, um Sie alle zu fragen, ob Sie sich jetzt, nach zwei Tagen, vielleicht besser erinnern können. Sie haben doch die Täter gesehen. Vielleicht können Sie uns jetzt eine bessere Beschreibung geben. Ich zermarte mir den Kopf. Aber ich bekomme es nicht mehr zusammen. Also noch einmal, Frau Kahl. Die Mann hat Sie geweckt, weil er die Geräusche hörte. Ja. Er weckte mich und sagte, dass jemand im Laden... Er wollte sofort hin. Ich wollte ihn zurückhalten. Ich sagte, geh nicht. Geh nicht allein. Hol Gerhard. Was er nicht getan hat. Leider nicht getan hat. Dann hörte ich plötzlich laute Stimmen. Gepolter rennen. Türen schlagen. Und dann... Dann schrie er. Er schrie. Ich lief sofort hinunter. Und ich sah zwei... Nein, drei Schatten. Aber es war nur Schatten. Ich kann keine bessere Beschreibung geben. Auch heute nicht. Ich bin ja auch sofort runter, als ich den Schrei hörte. Aber es war zu spät. Ich habe niemanden mehr gesehen. Wissen Sie inzwischen, wie viel Geld fehlt? Wir haben uns ausgerendet. Das sind nach den Unterlagen... 12.400 Mark. Warum ist der Junge da in der Wohnung? Ich verstehe das nicht. Schreibt Adressen, erledigt Besorgungen. Er kennt die Leute doch kaum, oder? Üblich ist das nicht. Es war ihm nicht gerade angenehm, dass wir kamen. Das habe ich auch bemerkt. Aber schwer, das zu erklären. Und wenn sein Vater doch was mit der Sache zu tun hat? Nach ihm! Weißt du wieder bei diesen Leuten? Ja. Ich habe ihnen geholfen. Ich habe gar nicht gewusst, wie viel es zu tun gibt bei einem Todesfall. Besonders bei einem, der nicht am Mahl ist. Na, Herr Modruf? Ich, äh... Ich muss etwas aussagen. Das sagt er jedes Mal, wenn er zu uns kommt. Ruhe! Sie werden das... Sie werden das gleich verstehen. Stört Sie doch nicht, oder? Nein, nein. Na, setzen Sie sich doch, bitte. Dankeschön. Nein, nein, das ist das Wenigste, was mich nervös machen könnte. Es geht um meinen Sohn. Er kam zufälligerweise mit seinem Motorrad bei einem Laden vorbei, in dem ein Mord verübt wurde. Und, äh... Da sah er... Da sah er... Da sah er vor dem Haus meinen Wagen stehen. Ihren Wagen? Ja. Sein Helm war ihm zufälligerweise heruntergefallen und... Und als er ihn aufhob... Als er ihn aufhob sah er einen Wagen. Meinen Wagen. Im selben Augenblick ging ein Geschrei los. Jemand, äh... Jemand schrie um Hilfe und... Achim lief ins Haus und rief sofort den Arzt und die Polizei an. Er kam dann zurück auf die Straße und... Und... Und sah den Wagen nicht mehr. War es denn Ihr Wagen? Er behauptet es. Ich glaube, ich... Ich muss da mehr sagen. Ich saß in meiner Knappe, trank ein Bier und redete mit ein paar Leuten, die ich kenne. Da kommt plötzlich Willi auf mich zu. Der Wirt, mit dem Sie ja gesprochen haben. Und sagt, kann ich mal einen Autoschlüssel haben? Jemand braucht ein Auto. Ich sag, wer denn? Und er sagt ja darauf, das... Spielt keine Rolle. Nur für eine halbe Stunde. Und da... Da hab ich ihm die Autoschlüssel gegeben. Vorausgesetzt, Ihre Geschichte stimmt überhaupt. Sie wollen uns weismachen, Sie wissen nicht, wer den Wagen benutzt hat? Ich weiß es wirklich nicht. Sagen Sie, wieso kommen Sie eigentlich hierher? Wieso erzählen Sie uns das Ganze? Das muss doch einen Grund haben. Ohne Grund erzählen Sie das doch nicht. Ihr Sohn? Ja. Ich... Ich sagte Ihnen doch, dass er meinen Wagen gesehen hat. Und nun glaubt er natürlich, dass ich den Bruch gemacht habe. Und vielleicht sogar, dass ich jemanden... Dass ich jemanden umgebracht habe. Er sagte... Vater, stell dich. Und darum bin ich hier. Damit ich ihm sagen kann, ich bin auf der Polizei gewesen und... Habe gesagt, was ich weiß. Und die Geschichte sollen wir Ihnen glauben? Ich weiß, was ich riskiere. Ich riskiere, dass Sie mir nicht glauben. Und warum sollen Sie auch? Wenn Sie nämlich jetzt zu dem Wirt gehen und ihm fragen... Haben Sie Albert Rudolf die Wagenschlüssel abverlangt? Dann wird er denn sagen, er weiß gar nicht, wovon Sie reden. Wir sitzen in einer Falle. Ich komme da nicht raus. Gehen Sie mal einen Moment nach nebenan, ja? Ja, gut. Ja, gern. Warum kommt er hierher? Warum erzählt er uns das? Was für einen Grund hat er? Seinen Sohn, der will, dass er sich stellt? Das war ungewöhnlich, ne? Das ist doch ungewöhnlich. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Was ist zwischen den beiden passiert? Eine Drohung vielleicht? Ausgesprochen oder nicht ausgesprochen? Wenn du nicht gehst, dann gehe ich. Dann sage ich eben, dass ich deinen Wagen gesehen habe. Das wird er nicht gesagt haben. Aber wenn er sich gesagt hat, warum ist Rudolf gekommen? Er weiß doch, dass er sich damit in Teufelsküche begibt. Allerdings. Ich meine, die Sache mit den Autoschlüssen ist ja bloß eine Ausrede. Er sagt uns jetzt schon, was der Wirt sagen wird. Nämlich nichts. Also, was soll das Ganze? Hm, steckt noch mehr dahinter. Wir machen jetzt folgendes mal. Ist Berger da? Berger! Ja? Kommst du mal, ja? Komm. Du, ich, äh, verstehe das nicht. Womit rechnet Rudolf jetzt? Er rechnet doch damit, dass wir sofort in die Kneipe gehen, mit dem Wirt sprechen, also seine Aussage überprüfen. Genau. Und wenn das nun stimmt mit den Wagenschlüssen? Ach, Unsinn, Stefan. Ich meine, selbst wenn er nicht mit dabei war. Wenn er wirklich nur das Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat, dann weiß er doch wem. Richtig, Harry. Und wenn er uns nun benutzt, um dem Wirt eine Information zu geben, denk immer daran, sein Sohn hat den Wagen gesehen. Er benutzt uns? Ich meine, das könnte doch einfacher sein. Nein, 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 Moment. Er will seinem Sohn außerdem sagen können, ich hab getan, was du wolltest. Ich war bei der Polizei. Ja, aber ziemlich raffiniert. Ich glaube, das ist. Ja, was gibt's? Jetzt hör mal genau zu. Entschuldige, Willi, dass wir nochmal kommen. Es hat sich da was ergeben, eine, eine Nachfrage, die mein Auto betrifft. Ja, Rudolf sagt, dass Sie an dem Abend, äh, na, Sie erinnern sich doch, für den Sie ihn da an Alibi gegeben haben. Dass Sie danach seinen Wagenschlüssel verlangt haben. Du hast gesagt, gib mir mal deine Autoschlüssel, da ist jemand, der ein Auto braucht. Und, und dann hab ich dir die Schlüssel gegeben. Was redest du denn da? Ich hab doch von dir keine Autoschlüssel verlangt. Hab ich sie Ihnen nicht gesagt. Worum geht's denn überhaupt? Was für eine geschichte ist denn das mit seinem Wagen? Er weiß es nicht. Ich wusste sehr, dass er es nicht weiß. Ich hab's Ihnen doch gesagt. Für wen haben Sie die Wagenschlüsse verlangt? Wer hat den Wagen von Herrn Rudolf gefahren? Das ist jetzt eine Aussage, die Sie machen sollen, und die werden Sie unterschreiben müssen. Was ist mit dem Auto? Das Auto, mein Auto ist am Tatort gesehen worden. Dort, wo der Lotterieeinnehmer ermordet worden ist. Mein Sohn hat mein Auto gesehen, ganz zufällig. Er war Zeuge. Er stand vorm Laden. Wissen Sie, jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Autoschlüssel. Autoschlüssel. Es kommt schon mal vor, dass da jemand reinkommt und sagt, da steht mir ein Auto im Wege. Wem gehört das? Sie haben ja gesehen, wie beengt wir mit unseren Parkplätzen sind. Oder es kommt ein Polizist rein und sagt, da muss ein Wagen weg. Da sage ich schon mal, wem gehört der Wagen und kann denn nicht mal schnell jemand wegfahren? Das könnte allenfalls so gewesen sein. Allerdings erinnern kann ich mich nicht mehr. Abends ist hier einfach viel zu viel los. Ich hoffe, Sie glauben mir das. Ja, natürlich. Ich habe dann noch eine Frage. Sie haben doch Herrn Rudolf ein Halibi gegeben. Bleiben Sie dabei? Aber ja. Schon gut, schon gut. Und wem Sie dann eventuell die Schlüssel gegeben haben. Was? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob ich Sie von Ihnen verlangt habe. Ich sagte ja schon, das ist der Betrieb abends. Das ist ja klar. Ja. Das wäre noch nicht alles, was wir zu besprechen hätten. Komm schon mal wieder vorbei. Geh mir. Ja, bitte. Ich komme am Abend nochmals vorbei. Ja, tu das. Schon. Du, der Mann, der eben reingegangen ist mit dem Bläser. Ja, ohne Zweifel. Der Wirt hat ihn sofort geschnappt und heftig auf ihn eingeredet. Na ja, dann warten wir mal ab. Das war viel als recht. Ich kann nur sagen, besten Dank. Sie haben uns wirklich sehr gehofft. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bitteschön. Bitteschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich habe selber oft nicht gewusst, wo mir der Kopf stand. Ja. Bis zur Beerdigung. Ja, wollen Sie denn kommen? Natürlich. Ja, Herr Lohmann, ich habe hier ein Aussuchungsbefehl. Wir haben den Auftrag in Ihrer Wohnung zu durchsuchen. Ja, durchsuchen. Ja, aber was suchen Sie denn? Mal ohne Handschuhe. Das ist wirklich zu blöd. Wer sind Sie denn? Franz. Franz Lohmann. Das ist mein Bruder Franz. Wohnen Sie allein hier? Ja. Äh, nee, ich wohne mit hier. Was werfen Sie uns denn vor? Einbruch, Raub und Mord. Ich habe Ihnen gesagt, dass du meinen Wagen gesehen hast. Und du konntest alles erklären? Aufklären? Ja, so gut es eben ging. So gut es eben ging. Nee, ich dachte schon, die verhofften nicht. Nein? Das haben Sie nicht getan. Na, haben Sie was gefunden, was uns belastet? Was für Beweise haben Sie denn jetzt? Legen Sie es uns doch vor. Wir haben nichts weiter. Haben Sie irgendwas gefunden, was Sie berechtigt, uns zu verhaften? Sie haben recht. Wir haben nichts gefunden. Aber wir nehmen Sie trotzdem mit. Ich muss nochmal weg. Wohin, Vater? Ich muss nochmal weg. Wohin? Nicht zu fassen. Wie Anfänger. Ohne Handschuhe. Und Eure Fingerabdrücke habt Ihr gleich Kiloweise hinterlassen. Ja, ja. Es geht abwärts mit Euch. Kommen Sie, Herr Rudolph. Sie sehen, wir haben Sie. Und jetzt erzählen Sie mir nochmal, was Sie wissen. Und diesmal die richtige Version. Ich habe den Lohmanns den Wagen gegeben. Nur für eine halbe Stunde. Was die vorhatten, keine Ahnung. Danke, Herr Rudolph. Wir haben seinen Wagen genommen. Wir sind da eingebrochen. Sind bis in den Laden gekommen. Haben die Kasse geknackt. Haben das Geld eingepackt in eine Plastiktasche. Und da kam so ein Kerl. Wie ein Berserker. Wie ein Verrückter ist er auf uns los. Und wir? Nichts wie weg. Wir sind getrunkt. Raus und ab. Das Geld haben wir verloren. Herr Kommissar. Wir haben den Mann nicht umgebracht. Das ist ein Prinzip bei uns. Keine Gewalttat. Kein Tropfen Blut darf fließen. Wir haben noch nie eine Waffe gehabt. Noch nie. Franz. Ja. Keine Pistole. Kein Messer. Messer. Wir sind doch nicht verrückt. Ihr beide. Ihr beide allein habt den Bruch gemacht. Sonst war niemand dabei. Ja. Nur wir beide. Wir beide allein. Berger, bringe Sie aus. Ah ja, Sie können auch gehen. Und zwar nach Hause. Besuchen Sie mich mal wieder. Ich gebe auch einen aus. Warmen Dank. Du glaubst doch denen nicht. Doch. Doch, Harry. Ich glaube Ihnen, dass Sie zu zweit waren. Nur gibt es da einen Zeugen. Frau Kahl. Und die hat fatalerweise drei gesehen. Wer ist da, Gerhard? Die Polizei ist es. Entschuldigen Sie die späte Störung. Eine Gegenüberstörung. Sind das die Männer? Ja, das sind sie. Die Einbrecher? Die Mörder? Moment, Moment. Die beiden Männer haben den Einbruch zugegeben. Sie bestreiten aber mit aller Entschiedenheit den Mord. Da fehlt auch noch einer. Ich habe drei gesehen. Es waren drei. Wir waren allein, mein Bruder und ich. Es waren drei. Es war niemand bei uns. Glauben Sie mir. Es waren drei. Können wir meinen den Laden? Bitte. Kommen Sie. So, jetzt rekonstruieren wir mal. Wie sind Sie reingekommen? Über den Hof. Durch den Abstellraum. Das Fenster war nicht verriegelt. Das ist nie verriegelt. Das haben wir vorher rausgekriegt. Da sind wir rein. Haben die Sicherung rausgedreht. Dann durch diese Tür hier rein. Es war sehr leicht, um das Geld heranzukommen. Die Sache verlief, wie wir sie uns vorgestellt hatten. Wir waren ziemlich leise. Aber trotzdem müssen wir gehört worden sein. Denn plötzlich kommt... Ich meine, Hunde! Was macht ihr hier? Wer seid ihr? Ein Messer, eine Schere. Wird hier sowas vermisst? Ein Messer, eine Schere? Ja. Ich vermisse eine Schere. Sie lag immer da. Aber wir brauchen Sie ein Paket dazu öffnen. Wann haben Sie beide den Schrei gehört? Den Todesschrei? Als wir in den Hof hinuntersprangen. Da hörten wir den Schrei. Franz sagte noch. Warum schreien wir so, habe ich gesagt. Wann haben Sie den Schrei gehört? Wo befanden Sie sich? Noch im Schlafzimmer. Ich lief sofort hinaus. Da hörte ich ein Geräusch in der Abstellkammer. Lief hinein. Sah das Fenster offen. Sah hinaus, da liefen zwei. Zwei. Dann wendete ich mich um, ging über den Flur in das Wohnzimmer und da wurde ich umgeworfen. Von dem Dritten zu Boden gestoßen. Wie können Sie den Dritten gesehen haben? Wenn gar keiner da war. Wo befanden Sie sich? Wann erschienen Sie auf der Bildfläche? Ich? Ja, Sie. Wie meinen Sie das? Ich bin heruntergegangen, als ich den Schrei hörte. Nein, schon vorher. Der Schrei kam doch viel später. Sie waren also doch schon vor dem Schrei unten. Nein, nein, nicht. Doch, Gerhard. Du hast doch zu mir gesagt, ich glaube, da ist jemand im Laden. Das bringt doch nicht alles durcheinander. Ich war nicht vorher unten. Frau Karl, wie verstand sich Ihr Mann mit seinem Schwiegersohn? Na, wie war das zwischen den beiden? Wie er sich verstand mit seinem Schwiegersohn? Nicht gut. Gar nicht gut. Im Gegenteil. Die machten sich beide das Leben zur Hölle. Mein Schwiegersohn verlangte immer mehr Geld. Schalt doch die Klappe! Kann es so gewesen sein? Sie kamen in den Laden. Die Einbrecher waren schon auf der Flucht. Sie trafen nur noch ihren Schwiegervater allein. In der einen Hand hielt er die Schere, in der anderen die Plastiktüte mit dem Geld. Die ganze Situation war für Sie wie bestellt. Das war die Gelegenheit. Die Gelegenheit. Die Gelegenheit. Die Gelegenheit. Es war eine Versuchung, der Sie nicht widerstanden haben.